Und damit ein wunderschönes Hallo. Ihr habt es schon im Titel gesehen. Das ist ein sehr, sehr emotionales Video, zumindest für mich. Das ist mein 1000 und erstes Video, was ich auf YouTube hochlade. 1000 Mal die Kamera angemacht, reingelabert, eine Reaction, Community-Kopfbau, Videos aus dem Stream, Videos von Events, Vlogs von Reisen und, und, und. 1000 Mal die Kamera angemacht, Sachen gefilmt, bearbeitet und dann ins World Wide Web geschickt. Und dann haben sich das tatsächlich Menschen angeguckt. Und das ist eine absolut geisteskranke Vorstellung. Von damals, als ich einfach nur super gerne YouTube geguckt habe, dann vor, mit 18, jetzt bin ich 31, als ich mit 18 die Liebe zu Shisha gefunden habe, das ein Lieblingshobby von mir geworden ist. Ich dann Shisha-Videos auf YouTube geguckt habe. Irgendwann hat mein Lieblings-Creator aufgehört, der Yannick, der Atomhamster. Und da dachte ich mir, komm, dann mache ich das jetzt auch einfach mal. Und habe dann Shisha-WG angefangen. Ich habe davor schon COD-Commentaries gemacht. Ich habe damals generell Let's Plays zu super vielen Spielen gemacht. Ich hatte bestimmt schon 5, 6, 7 YouTube-Channel, bevor es überhaupt Shisha-WG gab. Und das waren immer nur so ein paar hundert Abos. Und ich hatte keinen Channel jemals, der über 1000 Abos ging. Und dann bei Shisha-WG habt ihr eingeschaltet. Und bei Shisha-WG hattet ihr Bock. Und jetzt sind wir bei über 110.000 Abonnenten. Und jetzt mit diesem Video bei 1000 und einem Upload. Und das ist einfach nur geisteskrank und unvorstellbar. Von damals in Koblenz das iPhone 7 hingestellt, gegen meinen Plattenspieler gelehnt, auf Aufnahme gedrückt und ein bisschen was in mein Handy erzählt. Anfang weggeschnitten, Ende weggeschnitten, zack, ab ins Internet. Dann irgendwann der Umzug wieder nach Frankfurt in eine Wohnung. Die Wohnung, das halbe Wohnzimmer war einfach nur ein Shisha-WG-Set. Und dann da aufgenommen und da die Videos gemacht. Und irgendwann kam dann eine Kamera dazu. Und dann kam ein Mikrofon dazu. Und dann kam Licht dazu. Und dann wurde das geupgradet und das geupgradet. Und immer so Step by Step. Und dann mit dem 75.000 Abonnenten-Special. Das hier, das Büro, wo ich im anderen Raum die Videos aufnehme und hier normal immer die Streams sind. Oder auch ab und zu Videos, wie zum Beispiel das hier. Das war eine absolut geisteskranke Reise. Von dem Großteil der Videos in Deutschland, aber auch Reisen nach Spanien, nach Russland, in die Türkei. Und sogar auf die fucking Malediven. Und auch immer einen Vlog zugemacht. Tausend coole Leute kennengelernt. So viele neue Freunde gewonnen. Also Stranger aus dem Internet, die bei mir im Stream waren, dann in die Community gekommen sind. Man aneinander gewachsen ist. Man sich vielleicht dann zum ersten Mal in echt gesehen hat und gemerkt hat, okay, der will mich wirklich nicht umbringen. Das ist kein Crazy Massenmörder aus dem Internet. Nein, das ist actually ein nicer Dude. Und dann sind das Freunde geworden. Und gerade letztes Wochenende waren wir auf dem Geburtstag von Anna. Von Anna. Von Anna, die ich auch nur über Shisha-WG kenne. Und auch die ganzen SWGler da. Oder zumindest ein großer Teil, die einfach mittlerweile Freunde geworden sind. Und das ist absolut geisteskrank. Und dann so Events wie Geburtstage. Aber halt auch damals auf irgendeiner Weiterbildung vom Job, habe ich eine Story gemacht. Ey, wollen ein paar Leute rumkommen? Wir rauchen zusammen Pfeife. Ich habe meine Pfeife dabei. Ich setze mich hier in den Park. Wenn ihr Bock habt, komm rum. Und ich hatte noch geisteskrank Schiss, dass einfach keine Sau rumkommt. Ich habe einfach gedacht, Digga, am Ende sitze ich da einfach alleine. Sitze ich da mit meiner Pfeife. Groß angekündigt. Fan treffen im Park. Lass zusammen Pfeife rauchen. Kommt keine Sau, Digga. Ich sitze alleine da. Und dann waren da einfach irgendwie 25, 30 Menschen. Den Gary, Mod, Freund, dort zum ersten Mal in echt gesehen. Da hat er mir noch eine Vanilla Coke mitgebracht. Da waren wir Freunde. So einfach ist das manchmal. Also so die ersten Treffen, Events im Umera, der 100k Stream Aeon. Es ist einfach geisteskrank. Und deshalb auch einfach dieses kurze Video einfach nur in einem One-Take, um einmal zu sagen, Dankeschön. Danke an jeden, der sich einfach die Videos anguckt. Danke an jeden, der ein Like da lässt oder ein Abo da lässt. An jeden, der meine Codes benutzt. An jeden, der das Ganze als Mitglied oder auch als Sub auf Twitch unterstützt. An die ganzen Kooperationspartner, mit denen ich so lange so gut zusammenarbeite. Klar, es sind immer Leute dazugekommen. Manche sind gegangen. Es haben Leute angefangen, irgendwas in der Shisha-Szene zu machen. Sei es als Blogger, als Hersteller oder sonst was. Andere Leute sind gegangen. Man hat Leute verloren. Man hat Leute kennengelernt. Aber so ist das halt im Leben. Aber im Endeffekt bin ich immer noch überwältigt davon, dass ich sagen kann, dass YouTube mein Beruf ist, weil es eben nicht nur mein Beruf ist und auch Shisha nicht einfach nur ein Hobby ist, sondern auch ein Beruf ist. Aber wie man halt sieht, mit den Leuten, die man kennenlernt, mit den Erfahrungen, die man machen darf, dass es einfach so viel mehr ist. Und deswegen an jeden, egal wie viel Interaktion, und selbst wenn ihr euch nur die Videos anguckt, maybe es ist das erste Video, das irgendjemand von mir sieht. Danke fürs Angucken. Danke fürs Supporten mit den Likes, mit den Subs, mit den Code-Einkäufen, für alles. Auf noch viele weitere tausende Videos. Kuss und danke. 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 Danke.